Es kommt ein Krieg auf uns zu. Die reinste Perfektion. Das größte und mächtigste Schlachtschiff der Welt. Jeder Marine-Soldat wird sich darum reißen, auf diesem prächtigen Schlachtschiff zu dienen. Ein würdiges Symbol für das gesamte Kaiserreich Japan. Dafür brauchen wir ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten. Man sagt, er sei ein Jahrhundertgenie. Zieht Japan gegen Amerika in den Krieg, ist eine Niederlage unausweichlich. Halt noch mal! Dieses Schiff darf nie gebaut werden. Sie sind nicht dazu imstande. Es geht hier um das Schicksaljahler. Ist mir egal. Ist das denn das? Sie gehört vors Militärgericht. Was soll ich denn sonst machen? Sie haben dieses Schlachtschiff selbst erschaffen. Was soll ich denn sein? Untertitelung des ZDF, 2020